Viele Lehrerinnen und Lehrer unter euch haben mir in den letzten Wochen dieselbe Frage geschrieben, nämlich wie kann ich meinem von ADS oder ADHS betroffenen Schüler, meiner Schülerin dabei helfen, den Einstieg in die Arbeit zu finden. Ja, ganz häufig macht man ja die Erfahrung, während die anderen schon fast fertig sind mit den Arbeitsaufträgen, sitzt das Träumerchen oder der Wirbelwind da und hat noch kaum angefangen zu arbeiten. In diesem Video möchte ich dir gerne acht ganz konkrete Möglichkeiten vorstellen, wie du den Einstieg in die Aufgaben begleiten kannst und zwar von eher einfachen Strategien hin zu den etwas komplexeren, nachhaltigeren Strategien. Mein Name ist Stefanie Rietzler, ich bin Psychologin, Lerncoach und Autorin und habe gemeinsam mit Fabian Grollimund zwei Bücher auch zu diesem Thema geschrieben, Erfolgreich lernen mit ADHS, das sich an Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit ADHS richtet. Und Lotte, träumst du schon wieder? Ein Buch für Grundschulkinder, die Schwierigkeiten haben mit der Konzentration, mit der Planung, mit der Organisation und die gern wissen möchten, welcher große Wert hinter dem Träumen steckt, aber auch wie sie das Geheimnis der Konzentration entschlüsseln können. Sehen wir uns jetzt aber an, wie wir Kindern und Jugendlichen mit ADHS und ADHS dabei helfen können, flüssiger den Start in ihre Aufgaben zu finden. Tipp Nummer eins, kurze, prägnante Arbeitsanweisungen. Ja, wie viele von euch sicherlich wissen, geht ADHS und ADHS häufig einher mit Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis. Das heißt, die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben Schwierigkeiten, Informationen im Kurzzeitspeicher zu behalten. Gleichzeitig leiden einige von ihnen zusätzlich zur ADHS oder ADHS unter auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsschwierigkeiten. Das bedeutet, dass sie Mühe haben, Informationen über das Gehör aufzunehmen und umzusetzen, zu verarbeiten. Aus diesem Grund, gerade wenn Arbeitsaufträge mündlich erteilt werden, schweifen sie häufig ab, bekommen das nicht richtig mit oder verlieren den Faden. Gerade wenn man eher ausschweifende Erklärungen abgibt, beispielsweise, okay, jetzt macht mal alle euer Buch auf Seite 36 auf. Ihr habt dort einen Text. Da wäre es wichtig, dass ihr den Text ganz in Ruhe lest. Also lest ihn vielleicht zweimal, weil er ist relativ kompliziert. Unten seht ihr, sind Fragen gestellt zum Text. Die müsstet ihr dann beantworten. Es kann sein, dass ihr einzelne Wörter nicht versteht im Text. Die könnt ihr dann auch anstreichen und vielleicht macht ihr auch ein Fragezeichen daneben. Manchmal hilft es ja auch, wenn man bei schwierigen Texten Schlagwörter markiert, damit man sich im Text dann besser orientieren kann. Ihr könnt auch an der Seite kleine Klammern machen und kurze Zusammenfassungen hinschreiben, damit ihr schneller die Antwort auf die entsprechende Frage findet. Genau, dann dürft ihr jetzt anfangen. Ah, ihr habt 15 Minuten Zeit. Also dieses etwas überspitzte Beispiel zeigt das, was häufig in der Praxis passiert, was mir auch häufig passiert, wenn ich mündlich Arbeitsaufträge erteile in der Weiterbildung. Und da kann man sicher sein, dass das Kind mit ADS oder ADHS mindestens bei Schritt 2 oder 3 den Anschluss verloren hat. Deshalb lohnt es sich am Ende mit der Schlagworttechnik, den Auftrag nochmals zusammenzufassen und zum Beispiel an der Tafel oder am Whiteboard dann auch zu notieren. Erstens, Heft oder Buch auf Seite 36 aufschlagen. Zweitens, Text einmal konzentriert lesen. Drittens, wichtige Begriffe markieren. Viertens, Fragen zum Text beantworten. Fünftens, Wörter, die ich nicht verstehe, Unklarheiten notieren. So fällt es leichter, in den Auftrag einzusteigen. Tipp Nummer 2, regelmäßige Aufträge oder wiederkehrende Aufgaben visualisieren. Bestimmte Rituale werden ja immer wieder im Schulkontext durchgeführt, beispielsweise das regelmäßige Lesen oder das Bereitlegen der Materialien oder mit dem Partner einen gewissen Inhalt oder der Partnerin einen gewissen Inhalt diskutieren, Gruppenarbeiten. Hier hilft es nicht nur den Kindern mit ADS und ADHS, sondern auch Kindern, Jugendlichen mit Autismus-Spektrumstörungen oder solche, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Wenn wir diese Rituale in Form eines kleinen Symbolbildes darstellen, also beispielsweise bei der Stillarbeit kann das ein Mund sein mit einem Finger, der drüber gelegt ist. Wenn es ein Buch oder einen Text zu lesen gibt, dann könnte das ein aufgeschlagenes Buch sein mit den Äuglein. Wenn das eine Gruppenarbeit ist, könnte das ein Bild sein, eben von mehreren Personen, die am Tisch sitzen, mit Gruppenarbeit drunter geschrieben, dann kann ich immer, wenn diese Aufgabe folgt, eben das Piktogramm an die Tafel oder an einem fest vorgesehenen Platz am Whiteboard hängen, den Auftrag daneben schreiben und immer, wenn ein Kind abschleift, muss ich dann nur noch auf den Auftrag zeigen, um das Kind schneller wieder zurückzubringen und dazu orientieren, wo befinden wir uns gerade im Tagesablauf. Tipp Nummer drei, Aufgaben portionieren. Ja, aufgrund dieser Schwierigkeiten mit der Konzentration und auch oftmals dieser Auffälligkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis, fühlen sich Kinder mit ADS und ADHS sehr schnell überfordert, wenn sie mehrschrittige Aufgaben erledigen müssen. Sie sehen dann den ganzen Berg, beispielsweise dieses riesengroße Arbeitsblatt, denken, oh Gott, das schaffe ich nie und gehen automatisch bei Überforderung in diesen Zustand der Unteraktivierung, das heißt, sie beginnen zu träumen, sie schauen aus dem Fenster, sie fummeln mit ihren Materialien herum und beginnen eben nicht zu arbeiten. Um sich bewusst ein inneres Startsignal zu setzen und konzentrierteres Arbeiten hinzubekommen, lohnt es sich, wenn man die Aufgaben in kleine Häppchen unterteilt. Das könnte beispielsweise heißen, ein Arbeitsblatt mit zehn Aufgaben durchzuschneiden. Das Kind bekommt immer nur eine Aufgabe vorgelegt und wenn es damit fertig ist, darf es kurz nach vorne kommen zur Lehrkraft und sich die nächste Aufgabe abholen. Dadurch wird das Kind nicht abgelenkt, es springt auch nicht zwischen den Aufgaben hin und her. Es muss sich immer wieder innerlich ein neues Startsignal geben, was dabei hilft, auch wieder besser in die Aufgaben hineinzufinden. Und es hat immer wieder diese kleine Minipause, wenn es nach vorne geht, und eine kleine Bewegung dazu, was auch wieder dabei hilft, den Fokus zu halten und nicht so schnell in dieses Unkonzentrierte, in dieses Träumerische hineinzufallen. Den Einstieg kommentieren, anstatt zu ermahnen. Ja, es ist sehr einladend zum Teil, wenn die anderen Kinder schon arbeiten, das Kind aufzurufen und zu sagen, wo bist du wieder mit deinen Gedanken, jetzt pass doch auf, jetzt fang doch endlich an. Das führt bei unseren Träumerchen und Wirbelwinden schnell dazu, dass sie sich selbst abwerten, dass sie den Eindruck haben, ich kann mich sowieso nicht konzentrieren, ich bringe das sowieso nicht hin mit diesem Wochenplan, das stinkt mir, das ist sowieso alles blöd, ich schaffe das nicht, was die von mir wollen. Dementsprechend schwer fällt es ihnen mit der Zeit, sich darauf einzulassen. Wenn wir aber beschreiben, was wir rundherum sehen, dann können wir die Kinder indirekt darauf aufmerksam machen, was von ihnen erwartet wird. Ich habe hier beispielsweise die Tamara, die nicht beginnt zu arbeiten, aber ihre Banknachbarin Leonie arbeitet bereits, dann kann ich sagen, die Leonie hat bereits das Arbeitsblatt zur Hand genommen und liest es sich aufmerksam durch und der Tobias ist schon am Arbeiten, der Cem hat schon begonnen. So kann ich darauf hinweisen, was ich gerne sehen möchte und vielleicht merkt die Tamara dann, gerade wenn die Leonie aufgerufen wird und ihr vielleicht ein kleines Lächeln über die Lippen huscht, weil sie sich freut über diese positive Rückmeldung, dass es nun auch für sie an der Zeit wäre, in die Stillarbeit einzusteigen. Den Einstieg begleiten. Unsere Träummerchenwirbelwinde sitzen da und finden den Beginn in die Aufgaben nicht. Oftmals hat das auch etwas damit zu tun, dass sie innerlich sich nicht diese Struktur geben können, dass sie den Arbeitsauftrag nicht verinnerlichen können. Und hier kann es beispielsweise helfen, wenn ich als Lehrkraft kurz zum Kind hingehe, sage, weißt du, was du machen musst? Und das Kind in eigenen Worten nochmals kurz wiederholen lasse, was es nun zu tun hat, dann los, oder? Und dann begleite ich das, bleib vielleicht kurz stehen, sage, wunderbar, das hast du ja schon angefangen zu lesen. Und dann gehe ich zum Beispiel weiter zum nächsten Kind und dieses in eigenen Worten formulieren, das hilft den Kindern, sich innerlich zu strukturieren, dieses innere Sprechen aufzubauen, was wir eben brauchen für die sogenannte Selbststeuerung. Vieles von dem, was wir besprochen haben, hilft den Kindern dabei, durch Unterstützung von außen besser in die Arbeit hineinzufinden. Ihr könnt das natürlich auch noch ergänzen, indem ihr die Zeit visualisiert, weil wir eben auch wissen aus der Forschung mit Kindern mit ADS und ADHS, dass sie ein anderes Zeitgefühl haben. Sie nehmen Zeiteinheiten deutlich länger, weil sie eigentlich sind. Und das führt dazu, dass sie häufig den Eindruck haben, ich habe eh noch ewig Zeit und dann alles auf den letzten Drücker machen oder dass sie den Eindruck haben, diese Aufgaben, die dauern jetzt schon Stunden und man selber hat den Eindruck, du, also diese zehn Minuten, das ist doch wohl hinzubekommen. Wenn man einen Timetimer benutzt, das ist so eine Uhr, bei der man die Zeit mit einem Kuchendiagramm einstellen kann und die dann stufenlos abläuft, haben die Kinder einen guten Anker, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und gerade bei den hyperaktiv-impulsiven Kindern weckt das häufig diesen Wettbewerbsgeist, den sie ja oftmals haben, dass sie den Eindruck haben, jetzt möchte ich gegen die Uhr arbeiten, jetzt will ich in dieser Zeit möglichst viel schaffen, möglichst viel erreichen. Und das hilft eben auch wieder bei dieser Kompetenz, der Zeitwahrnehmung, des sich selber richtig Einschätzens und des Überprüfens, wo stehe ich im Moment im Arbeitsverlauf. Kompetenzen aufbauen kann aber auch heißen, mit den Kindern einen ganz bewussten Ablauf zu trainieren, wie gehe ich denn vor, wenn ich eine Aufgabe oder wenn ich ein Arbeitsblatt vor mir habe, das ich lösen möchte. Und dazu zeige ich euch gerne ein Beispiel, eben aus unserem Buch Lotte, träumst du schon wieder? Das sich, wie gesagt, an Grundschulkinder richtet. Ihr könnt diesen Aufgabenablauf auch kostenlos herunterladen auf unserer Webseite www.lottes-trickkiste.ch Und was ihr hier sehen könnt, ist eine Grundstruktur, die auch wieder visualisiert ist. Und diese Grundstruktur hat sechs Schritte, die ich durchlaufen kann, wenn ich eine Aufgabe lösen möchte. Und ihr seht das hier, als erstes fragt sich das Kind, was ist meine Aufgabe? Also entweder ich lese die Aufgabe aufmerksam durch oder ich höre ganz genau zu, was ich zu tun habe. Und dann beschreibe ich mir laut oder in Gedanken, was ist jetzt mein Auftrag? Das hilft, wie gesagt, bei dieser inneren Strukturierung. Und dann im zweiten Schritt formuliert das Kind ein ganz bewusstes Ziel. Es sagt sich nämlich Wolfsblick an, los! Und taucht ganz bewusst in diese Aufgabe ein. Der Wolfsblick, den haben wir entwickelt als ein Signal dafür, dass man ganz bewusst im Hier und Jetzt ankommt und all seine Sinne auf diesen Auftrag bündelt, den man gerade vor sich liegen hat und all das ausblendet, was im Moment nicht wichtig ist. Und da haben uns jetzt viele Lehrkräfte zurückgemeldet, dass dieses Bild vom Wolfsblick den Kindern enorm hilft, dass sie zum Teil auch nur noch diesen kleinen Wolf an die Tafel hängen müssen, damit die Kinder wissen, es ist konzentriertes Zuhören oder konzentriertes Arbeiten erwartet. Und das kann eben den Kindern wirklich helfen, sich innerlich nochmal aufzurichten und dieses Ziel, diese Absicht zu formulieren, jetzt möchte ich ganz bewusst und ganz fokussiert in meine Aufgaben einsteigen. In einem dritten Schritt bündeln die Kinder dann all ihre Aufmerksamkeit auf die Aufgabe. Mit jedem Atemzug schalten sie wieder ihren Wolfsblick ein und dann gibt es eben noch die restlichen Schritte, die Selbstkontrolle, bei der das Kind nochmal schaut, habe ich alles erledigt, kann das Ergebnis stimmen und das nochmal korrigiert. Dann bearbeitet das Kind eine Aufgabe nach der anderen, bis es am Ziel ist und am Ende, da kommt die Selbstverstärkung, das heißt, das Kind klopft sich nochmal auf die Schulter und darf stolz auf sich sein, dass es die Aufgaben erledigt hat. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, um diese Kompetenz zu trainieren, Aufgaben immer eigenständiger anzugehen. Viele Lehrkräfte haben uns erzählt, dass sie diesen Arbeitsablauf für die Kinder ausgedruckt haben und jetzt anhand mehrerer Arbeitsblätter das immer wieder durchgegangen sind mit den Kindern. Mit der Zeit brauchen sie dann auch den Text gar nicht mehr, sondern nur noch die Bilder und wissen Schritt für Schritt, was muss ich machen. Aha, erster Schritt, muss erst mal ganz genau den Auftrag lesen oder genau zuhören und formulieren, was muss ich machen. Dann zweiter Schritt, ganz bewusst diesen Wolfsblick aktivieren oder das Konzentrationszentrum, die Laseraugen anschalten, was auch immer für ein Bild das Kind für Konzentration hat. Dann bündlich meine Konzentration mit jedem Atemzug auf die Aufgabe, dann kontrolliere ich am Ende noch, gehe das Schritt für Schritt durch und klopfe mir am Schluss auf die Schulter. Und das kann eben die Möglichkeit sein, so einen Arbeitsablauf zu automatisieren, damit man mit der Zeit immer weniger unterstützen und begleiten muss und die Kinder eben diese Strategie eigenständiger für sich nutzen können. Eine zweite Variante, um Kompetenzen aufzubauen in diesem Bereich, ist der sogenannte Wenn-Dann-Plan. Wenn-Dann-Pläne haben sich, das zeigt die Forschung, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ADS und ADHS sehr bewährt. Sie helfen uns nämlich dabei, ein Ziel in die Tat umzusetzen und diese Lücke zwischen einer Absicht, zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt dieses Aufgabenblatt erledigen und der tatsächlichen Handlung zu schließen. Das ist ja häufig ein Problem bei unseren Kindern mit ADS und ADHS, dass sie den richtigen Zeitpunkt verpassen. Sie merken, ich müsste jetzt irgendwie arbeiten, aber dann sitzen sie eben doch da und gucken aus dem Fenster oder schwanzen mit der Banknachbarin. Ein Wenn-Dann-Plan hilft eben genau dabei, in die Handlung hineinzukommen und diese Handlung zu automatisieren, damit ich mit der Zeit gar nicht mehr bewusst darüber nachdenken muss. Ein Wenn-Dann-Plan für den Arbeitseinstieg könnte beispielsweise lauten, immer wenn die Lehrkraft mir das Arbeitsblatt auf das Pult legt, dann nehme ich das Blatt sofort und beginne die erste Aufgabe zu lesen. Diesen Plan allein zu formulieren reicht noch nicht. Wir schreiben den dann mit den Kindern gemeinsam auf. Wir üben den. Und da haben einige Lehrkräfte uns von sehr schönen Erfahrungen erzählt, dass sie zum Beispiel sagen, wir haben den Wenn-Dann-Plan in der ganzen Klasse geübt, im Rollenspiel, also ich habe dann wirklich jedem Kind ein Arbeitsblatt hingelegt, gefragt, was sagt ihr euch jetzt innerlich? Und dann sagen die Kinder immer, wenn die Lehrkraft mir ein Arbeitsblatt auf den Tisch legt, dann nehme ich das sofort und beginne zu arbeiten und dann machen sie das wirklich nach. Eine Lehrerin hat angeregt durch das Beispiel hier von Lotte im Buch von diesem verträumten Hasenmädchen, die Kinder dann wirklich auch mit Sofortbildkameras geknipst dabei, wie das aussieht, wenn sie konzentriert in die Aufgaben einsteigen. Dann hat sie hinten drauf den Wenn-Dann-Plan die Kinder schreiben lassen und das liegt als kleines Erinnerungskärtchen bei ihnen. Und dann kann ich zum Beispiel die Kinder immer wieder an diesen Wenn-Dann-Plan erinnern und positive, also Fortschritte oder positive Ereignisse, die sich in diesem Bereich zeigen, dann eben auch zurückmelden. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Ideen bekommen, wie ihr den Kindern den Einstieg in die Arbeit erleichtern könnt. Es hilft natürlich auch immer, wenn man auf die guten Momente achtet, das heißt, wenn es den Kindern mal gelingt, ohne große Umschweife zu beginnen, dass ich dann gerade kurz vorbeigehe und sage, hey, jetzt bist du aber gut drin, jetzt hast du gut reingefunden in die Aufgaben oder heute hast du sehr konzentriert gearbeitet, dass die Kinder auch dieses Selbstkonzept aufbauen können, von auch mir gelingt es ab und zu mal konzentriert zu arbeiten. Ich bin nicht immer nur die, die träumt oder der, der trödelt. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie ihr Kinder mit ADS oder ADHS beim Lernen bei den Hausaufgaben unterstützen könnt, empfehle ich euch gerne unser Buch Erfolgreich Lernen mit ADHS, das sich eben wie gesagt an Eltern und auch an Lehrkräfte von Grundschulkindern richtet. Wenn ihr gerne mit den Kindern das Thema Verträumtheit, Konzentration angehen möchtet, dann werft doch einen Blick in unser Buch Lotte, träumst du schon wieder? Eine Geschichte rund um das verträumte Hasenmädchen Lotte, das es eben in der Schule sehr schwer hat, weil es viel vergisst, weil es sehr chaotisch ist, weil es immer wieder auch negative Rückmeldungen bekommt und dann in einem denkwürdigen Moment eine geheimnisvolle Waldbewohnerin trifft, die ihm einerseits das Geheimnis der Konzentration beibringt und entschlüsselt und auf der anderen Seite eben den Wert des Träumens ihr näher bringt. Wenn ihr weitere Ideen habt, dann freue ich mich, wenn ihr es unten kommentiert. Abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Freude bei der Umsetzung, viele liebe Grüße, eure Stefanie Rietzler.